Der europäische Wirtschaftsraum ist eine vertiefte Freihandelszone zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelsassoziation. Das Abkommen vom 2. Mai 1992, das die Mitgliedstaaten der EFTA und die Mitgliedstaaten der EU geschlossen haben, dehnt den europäischen Binnenmarkt auf Island, Lichtenstein und Norwegen aus, so dass er insgesamt 31 Länder fasst. EWR-weit gelten insbesondere die vier Freiheiten des Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs mit Sonderregelungen für Agrarwaren. Drittlandswaren bleiben über Ursprungsregelungen ausgeschlossen. Es entstand mit ungefähr 372 Millionen Einwohnern von der Arktis bis zum Mittelmeer und einer jährlichen Wirtschaftsleistung von über 7,5 Billionen US-Dollar die größte Wirtschaftszone der Welt. Im europäischen Wirtschaftsraum vollzieht sich ungefähr die Hälfte des Welthandels. Entstehung Bereits bei der Gründung der EFTA 1960 war die Regelung der Beziehungen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den EFTA-Mitgliedstaaten eines der Ziele der Organisation. Nachdem 1973 die EFTA-Länder Großbritannien und Dänemark zusammen mit Irland den europäischen Gemeinschaften beitraten, entwickelte sich eine enge Kooperation zwischen den EFTA-Staaten und der EWG. Eine erste wichtige Etappe wurde erreicht, als die EFTA-Staaten zwischen 1972 und 1977 individuell Freihandelsabkommen mit der EWG abschlossen. Ab Mitte der 80er Jahre erhöhte sich der wirtschaftliche Integrationsgrad innerhalb der EU. Insbesondere dank der Umsetzung des Binnenmarktprogramms. 1984 wurde bei einer gemeinsamen Ministertagung von EWG und EFTA in Luxemburg die Errichtung eines europäischen Wirtschaftsraums zur Sprache gebracht. Nachdem 1987 die EWG-Mitglieder in der einheitlichen europäischen Akte die Umsetzung des Ziels eines Raums ohne Binnengrenzen bis 1992 festgeschrieben hatten, folgten 1989 durch EWG-Kommissionspräsident Jacques Delors Vorschläge, um eine möglichst weitgehende Teilnahme der sieben EFTA-Staaten am EU-Binnenmarkt zu ermöglichen. 1990 begannen konkrete Verhandlungen. Die am 2. Mai 1992 in Porto mit der Unterzeichnung des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum endeten. Die Vertragsparteien waren die zwölfe damaligen Mitgliedstaaten der EU sowie die sieben EFTA-Staaten Österreich, Finnland, Island, Norwegen, Schweden, Schweiz und Liechtenstein. Außer der Schweiz haben alle EFTA-Staaten das EWR-Abkommen ratifiziert, das am 1. Januar 1994 in Kraft trat. Wobei Liechtenstein allerdings erst zum 1. Mai 1995 voll teilnahm. Aufgaben Der EWR ist eine vertiefte Freihandelszone. Ferner enthält das EWR-Abkommen Wettbewerbs und einige sonstige gemeinsame Regelungen. So wie im Zusammenhang mit den vier Freiheiten horizontale Bestimmungen. Ferner wird für den EWR das einschlägige von der EU beschlossene Sekundärrecht übernommen. Auch soll das EWR-Recht EU-konform ausgelegt werden. Regelungen Im EWR wurden die Zölle zwischen den Mitgliedstaaten abgeschafft und es gelten etwa 80% der Binnenmarktvorschriften der EU. Jedoch handelt es sich nicht um eine Zollunion mit gemeinsamem Zolltarif. Ferner sind anders als innerhalb der EU bei der Einfuhr Verbrauchsteuern zu bezahlen. Dennoch ist der EWR aufgrund der Anwendbarkeit einer Vielzahl von Harmonisierungsvorschriften mehr als eine einfache Freihandelszone. Für die EWR-Länder, die nicht Mitglied der EU sind, erfolgt die Überwachung des EWR-Abkommens und der abgeleiteten Vorschriften durch die EFTA-Überwachungsbehörde und den EFTA-Gerichtshof. Für die EU-Mitgliedstaaten sind die Europäische Kommission sowie der Europäische Gerichtshof zuständig. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Zwei-Pfeiler-Struktur. Das EWR-Abkommen wird regelmäßig an die Entwicklung des relevanten EG-Rechts angepasst. Dafür ist eine Beschlussfassung des gemeinsamen EWR-Ausschusses notwendig. Da die EWR-Staatenvertreter in die Expertengruppen der EU-Kommission entsenden, können sie zumindest im Vorfeld aktiv an der Ausgestaltung der Rechtsvorschriften mitwirken. Organe Der EWR-Vertrag überträgt Aufgaben an mehrere Organe, die legislative, exekutive, judikative oder beratende Funktion haben. Der Rat setzt sich aus den Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten zusammen. Er entwickelt Leitlinien, die die Umsetzung der Vertragsziele gewährleisten und von den Mitgliedstaaten beachtet werden müssen. Der gemischte parlamentarische EWR-Ausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Europäischen Parlaments und der Parlamente der EFTA-Staaten zusammen. Er kann seine Standpunkte in Form von Berichten oder Entschließungen abgeben. Der gemeinsame EWR-Ausschuss überwacht die Umsetzung des Vertrags durch die Mitgliedstaaten. In den EU-Staaten obliegt diese Aufgabe ferner der Europäischen Kommission, in den EFTA-Staaten der EFTA-Überwachungsbehörde. Vertragsverstöße von EU-Mitgliedstaaten stellt der Europäische Gerichtshof fest, Verstöße von EFTA-Mitgliedstaaten der EFTA-Gerichtshof. Im Konsultativausschuss treffen Vertreter von Interessengruppen aus den Mitgliedstaaten zusammen. Er hat ausschließlich beratende Funktion. Entwicklung 2. Mai 1992 Unterzeichnung des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum durch die EU. Die damals zwölf EU-Mitgliedstaaten und die EFTA-Staaten in Porto. 6. Dezember 1992 Die Schweizer Stimmberechtigten lehnen bei einer Stimmbeteiligung von 78,8% den Beitritt an der Urne mit 49. 7% Ja-Stimmen und nur 7 von 23 Kantons Stimmen ab. 1. Januar 1994 In Krafttreten des EWR-Abkommens für Finnland, Island, Norwegen, Österreich, Schweden. 17. März 1994 Anpassungsprotokoll zum EWR-Abkommen, da die Schweiz das EWR-Abkommen nicht ratifiziert hatte. 1. Mai 1995 In Krafttreten des EWR-Abkommens für Lichtenstein. 14. Oktober 2003 Unterzeichnung des Abkommens über die ersten Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraums durch die EU. Die EU-Beitrittskandidaten und die verbleibenden EFTA-Staaten in Luxemburg. 1. Mai 2004 In Krafttreten des ersten Erweiterungsabkommens gleichzeitig mit dem Beitritt der neuen Vertragsstaaten zur EU. 25. Juli 2007 Unterzeichnung des Abkommens über die zweite Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraums durch die EU. Die neuen EU-Mitgliedstaaten und die verbleibenden EFTA-Staaten in Brüssel. 1. August 2007 In Krafttreten des zweiten Erweiterungsabkommens für Bulgarien und Rumänien, sieben Monate nach deren EU-Beitritt. 1. Juli 2013 Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union. Umsetzung in den Vertragsstaaten. Finnland, Schweden und Österreich traten am 1. Januar 1995 der EU bei. Die Regelungen des EWR-Vertrags kamen zwischen diesen Ländern und den anderen EU-Mitgliedstaaten lediglich vom 1. Januar 1994 bis zum 31. Dezember 1994 zur Anwendung. Danach hatte der EU-Vertrag Vorrang. Da Island seit 1973 mit der EU durch ein Freihandelsabkommen und seit 1994 als Mitglied des europäischen Wirtschaftsraums verbunden ist, könnten die Verhandlungen trotz der Stolpersteine gut vorankommen. EU-Diplomaten hielten einen Beitritt Eilings 2012 oder 2013 für möglich. In der aktuellen Situation sprechen sich die Isländer jedoch mehrheitlich für den Rückzug des Beitrittsgesuchs aus. Im Jahr 2015 zog Island seinen Antrag auf EU-Mitgliedschaft zurück. Die Schweiz hat als einziger EFTA-Staat das multilaterale EWR-Abkommen nicht ratifiziert. Nachdem eine knappe Mehrheit der Schweizer Bürger und eine deutliche Mehrheit der Kantone die Teilnahme der Schweiz am 6. Dezember 1992 in einem Referendum abgelehnt hatten, die Schweiz hat einen Beobachtungsstatus in EWR-Gremien. Dies ermöglicht es den Eidgenossen, die Entwicklung des EWR und des EG Rechts aus der Nähe zu verfolgen. Des Weiteren wurde der Schweiz in Artikel 128 des EWR-Abkommens eine jederzeitige Beitrittsmöglichkeit eröffnet. Die Schweizer Regierung verfolgt seither auf bilateralem Weg ihr Ziel, das Land wirtschaftlich an den vier Freiheiten des EWR teilhaben zu lassen. Anders als beim EWR-Abkommen gibt es bei den bilateralen Verhandlungen nur zwei Verhandlungspartner. Was speziellere Regelungen für die Schweiz ermöglichte. Zwei Jahre nach dem EWR-Nein wurden Verhandlungen über bilaterale sektorielle Abkommen aufgenommen. 1999 wurden schließlich sieben bilaterale Verträge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union unterzeichnet, die zum 1. Juni 2002 in Kraft traten. Im Jahr 2004 erfolgte die Unterzeichnung eines zweiten Pakets sektoraler Vereinbarungen, deren Inkraftsetzung mit der tatsächlichen Abschaffung der Grenzkontrollen an den Schweizer Landgrenzen Ende 2009 abschloss. Der Rat der Europäischen Union entschied im Dezember 2012, dass es keine neuen bilateralen Abkommen nach dem Modell der bisherigen Verträge mit der Schweiz mehr geben wird. Eine Woche nach dem Schweizer »Nein« genehmigte das lichtensteinische Volk den Beitritt. Der regierende Fürst hatte sich bereits für das EWR-Abkommen ausgesprochen. Da Lichtenstein gleichzeitig zum Schweizer Wirtschaftsraum gehört und mit der Schweiz eine Währungs- und Zollunion bildet, musste der Vertragstext hinsichtlich dieser Überschneidungssituation überarbeitet werden. Das Anpassungsprotokoll zum EWR-Abkommen wurde am 9. April 1995 vom lichtensteinischen Volk genehmigt, sodass das Land dem Abkommen mit Wirkung vom 1. Mai 1995 beitreten konnte. Am 25. Juli 2007 unterzeichneten die Mitgliedstaaten des EWR, Bulgarien, Rumänien und die Europäische Union ein Übereinkommen über die Beteiligung der Republik Bulgarien und Rumäniens am europäischen Wirtschaftsraum. Es trat am 1. August 2007 provisorisch und am 9. November 2011 vollends in Kraft. Am 11. April 2014 unterzeichneten die Mitgliedstaaten des EWR, Kroatien und die Europäische Union ein Übereinkommen über die Beteiligung der Republik Kroatien am europäischen Wirtschaftsraum. Es trat am 12. April 2014 provisorisch in Kraft. Das Übereinkommen wurde bislang von 10 der 31 Vertragsparteien ratifiziert. Siehe auch Gemeinsame Handelspolitik